Morgen! Guten Morgen! Es ist bereits 12 Uhr mittags, Herr Doktor. Was riecht das hier so nach Käse? Ja, sollte es eigentlich. Das Ei kann es nicht sein. Nein, auf keinen Fall, Herr Doktor. Und auch das Paniermüll nicht. Das auch nicht, nein. Vielleicht sind es meine Füße. Ihr Fußtuch kann meinen Käsegeruch nicht übertrumpfen, Herr Doktor. So, was soll es sein, Herr Doktor? Ja, den Herzhaften hätte ich gerne. Dieser hier. Nein, 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 nein. Der Herzhafte, der Leckere, der Schmackhafte hier vorne. Ach, ja, ja. Dann können wir vielleicht diesen nehmen, Herr Doktor. Nein, das ist auch nicht der Richtige. Ich hätte den Herzhaften, den Schmackhaften, den Leckeren. Ja, diesen hier können Sie nicht kaufen, Herr Doktor. Wieso nicht? Es ist eine Attrappe. Eine Attrappe? Oh. Es klingt gut. Aber ob er auch schmeckt? Tja. Was raschelt denn da? Eine Maus. Ja. Wenn Sie so freundlich wären, mir diesen Käse trotzdem einzupacken, ich will schauen, wie es schmeckt. Tja. Ich packe Ihnen zwei ein, Herr Doktor. Nein, einer. Einer reicht. Einen für Sie und einen für den Herrn Sohn. Gut. Dann packen Sie mir ruhig zwei ein. Ja. Dann schmeiße ich einen weg. So. Dankeschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das war's.